Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Elektroschrott. Die Müllberge wachsen. Grund dafür ist sowohl das Kaufverhalten als auch die Vorkehrungen in der industriellen Fertigung. Ich gehe in diesem Video auf beides ein. Jeder einzelne von uns kann etwas dazu beitragen, dass die Berge an Elektroschrott kleiner werden. Der Onlinehandel ermöglicht es, alles zu bestellen, gemütlich auszuprobieren und bei Nichtgefallen einfach zurückzusenden. Es war mit Sicherheit nicht im Sinne des Erfinders, dass dadurch übermäßig viel bestellt und einfach so zurückgesendet wird. Vielmehr wurde ein Service geboten, der mittlerweile schamlos ausgenutzt wird. 14 Tage Rückgaberecht verleitet bereits dazu, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt zum Beispiel eine Kamera oder ähnliches benötigt, diese frühzeitig zu bestellen und wenn man sie nicht mehr braucht, nach der Benutzung einfach wieder zurückzusenden. Einfach für Noppes. Angegeben wird, dass es einem nicht gefallen hat. Was aber passiert mit der rückgesendeten Ware? Es gibt mittlerweile zahlreiche Rücksendezentren, da die Zahl der Rücksendungen nicht mehr zu bewältigen sind. Nicht wenige dieser Elektroartikel landen auf dem Müll, obwohl sie noch vollständig in Ordnung sind. Nur 5% der Rücksendungen werden als gebraucht erneut zum Verkauf angeboten. Allein 2015 landeten Elektroartikel aus 2,8 Milliarden Rücksendungen auf diese Weise auf dem Müll. Die Zahl beschädigter Elektroartikel war gerade mal 29% dieser Rücksendungen. Die Zahl der Elektroartikel, die auf dem Müll landen, da ist die Tendenz steigend. Jeder sollte sich neben dem mal die Frage stellen, ob es wirklich erforderlich ist, immer die neueste Technologie als erstes haben zu müssen, obwohl noch Geräte im Besitz sind, die vollumfänglich funktionieren. Als Beispiel kann man sehen, wenn zum Beispiel ein neues iPhone angekündigt wird, dass wie bei einem Rockkonzert kilometern lange Schlangen vor dem Geschäft warten, dass es öffnet, um ein neues Gerät zu kaufen. Hier kommt es zwar auch vor, dass Altgeräte an Familienmitglieder weitergegeben werden, aber mehr als die Hälfte aller Altgeräte werden nicht weitergenutzt und landen in den verstaubten Schubladen oder auf dem Müll. Im Übrigen nicht nur beim iPhone, sondern bei Smartphones im Allgemeinen, bei MP3-Playern, bei E-Book-Readern, bei Tablets und Laptops, Computer und Drucker, Unterhaltungselektronik und sogar bei Haushaltswaren. Es hat sich alles zu sehr in Richtung Wegwerfgesellschaft entwickelt. Und dieses trotz breiter Diskussionen zum Thema Umwelt und Klima. Umwelt und Klima zu schützen, klappt aber nicht, wenn Müllberge ohne Not wachsen. Ein Video zum Thema Klima und Umwelt findest du oben unter dem i. Vergleicht man jetzt mal Geräte, die in den 60er bis 80er Jahren gekauft wurden, von der Haltbarkeit her, mit Geräten, die heute gekauft werden können, zeigt es, dass die Industrie an dieser negativen Entwicklung eine Mitschuld trägt. Die Industrie ist daran interessiert, möglichst viel, möglichst häufig zu verkaufen. Wirtschaftlich nachvollziehbar. Aber stellt das nicht einen Betrug am Kunden dar, wenn in einem Gerät Teile verbaut werden, die das Gerät bei regelmäßiger Nutzung kurz nach der Gewährleistungszeit ausfallen lässt, anstelle eine optimale und dauerhafte Nutzung und höhere Qualität sicherzustellen. Diese Vorgehensweise nennt man geplante Obsoleszenz. Das Wegwerfen von Altgeräten und das frühe Ausfallen und Neukaufen ist von der Industrie gewollt, entgegen der öffentlichen Angabe in der Werbung nachhaltig sein zu wollen. Ich bin der Ansicht, dass die Gewährleistung von zwei Jahren beim Handel okay ist. Wenn aber ein Elektrogerät nach weniger als 15 Jahren bei regelmäßiger Nutzung ausfällt, ist der Hersteller in die Haftung zu nehmen. Zudem bei computergestützten Geräten, dass Updates mindestens 35 Jahre angeboten werden. Zudem sollten Ersatzteile für Geräte, für den Fall von Reparaturen, mindestens 50 Jahre zur Verfügung gestellt oder nachproduziert werden. Es sollte mehr auf Erhalt und Reparatur und weniger auf Neukauf gesetzt werden. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr schon dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind die beiden Videos bestimmt auch etwas für euch. Nötigenfalls die Playlist, wo jede Menge andere Videos für euch zur Verfügung stehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.